Na Jungs, ihr wisst, ich bin einer der Produzenten von eurem Film Good Boys. Und leider hab ich schlechte Neuigkeiten. Ihr dürft den Trailer für euren eigenen Film nicht sehen. Was? Ernsthaft? Ist das ein Witz? Der ist zu krass für Kids in eurem Alter. Die Drogen, die Gewalt, die Ausdrücke. Und auch wenn wir entschieden haben, dass es in Ordnung ist, wenn ihr das im Film macht, dürft ihr euch nicht ansehen, wie ihr das im Trailer macht. Das ist abgefuckt. Total abgefuckt. Ihr dürft es sagen. Aber ihr dürft euch nicht ansehen, wie ihr es sagt. Das ist voll abgefuckt. Willkommen in Hollywood. Die Waffen waren alle im Schrank meiner Eltern versteckt. Ob sie mir erlauben, das an Halloween anzuziehen? Ah, na, Kugeln? So heißen Nunchaks auf Japanisch, ihr Wixxer. Oh, fuck! Alles okay? Die riechen voll nach Kacke. Au! Ich schmeiß morgen ne Party. Kommst du? Ja, kann ich Thor und Lukas mitbringen? Sie sind meine besten Freunde, weißt du? Das sind solche Loser. Zwei Wochen Junior High und ich bin ein Sozialkruppel. Schnabeltasse, Schnabeltasse! Sieht das etwa aus wie eine Schnabeltasse? Nein, das ist ein beschissenes Trinkpäckchen. Ich bin nämlich kein beschissenes Kind mehr. Du willst nicht auf Sorens Party, ohne zu wissen, wie man küsst. Wie wär's mit meiner Nachbarin? Die ist nun totale Nymphomanin. Hey, Stranger Things, verpisst euch endlich! Ich muss da näher ran. Was soll denn der Scheiß? Das passiert, wenn man Frauen nicht respektiert. Ich respektiere Frau und meine Mama und ich sind beste Freunde. Ich dachte, das sind wir. Mein Dad bringt mich um. Chill mal. So kriegen wir die Drohne wieder. Du hast meine Tasche geklaut? Kein Schritt mehr! Oh mein Gott, da ist Molly drin. Okay, wer ist Molly? Denn sie darf nicht mit. So eine Scheiße. Wegen dir haben wir Drogen auf einen verdammten Spielplatz geschleppt. Lauf, lauf! Wir werden nicht über einen Highway laufen. Sind wir Grundschüler oder auf der Junior High? Okay, wir machen es so. Ich tauch bei der Party mit einem Bier auf, dann weiß jeder, dass ich cool bin. Was hast du in deiner Hose versteckt? Mein Penis? Rausholen. Ich hab trotzdem großen Schwanz. Du bekommst die Drogen nicht! Nichts passiert. Lüge nach deinem Arm! Ach du Scheiße. Wegen dir sind wir mit Drogen rumspaziert. Haben uns geprügelt. Und in Bullen im Laden eingesperrt. Und das mit Hilfe eines Deldos, so wie es aussieht. Wir sind krass, so krass. Wir sind krass, so krass. Wir müssen echte Leute beim Küssen sehen. Ich hab ne Idee. Wie viele Ehemänner hat sie denn? Nix wie weg, Kleiner! Niemand hat sich geküsst. Jedenfalls nicht auf den Mund. Nicht wahr? Wir müssen echte Leute beim Küssen sehen. Vielen Dank.